Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde an Showdown. Ich war mit dem Daniel und dem Marc auf der neuen Map gestern unterwegs und es lief hervorragend. Wir haben ein paar sensationell gute Runden abgeliefert, auch super lustige Sachen dabei. Ja und für heute habe ich euch eine Runde rausgesucht, da waren wir mal wieder bei Heritage Pork oben. Irgendwie zieht es uns da ständig hin. Wir haben da oben ständig irgendwelche Fights oder der Boss ist da oben. Was mir eigentlich ganz recht ist, weil ich mag die Scheune super, super gerne. Weil es gibt halt die Hauptscheune, die ist unterteilt in verschiedene Bereiche, was ganz geil ist. Und dann gibt es noch so eine kleine Nebenscheune, die sensationell gut designt ist. Und ja, deswegen freue ich mich immer, wenn wir da hochkommen. Ja, ich habe natürlich wie immer die Sicht vom Marc mit drin, seine Kills und auch sein Tod, wenn ich das voraussagen darf. Ähm, ja und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video, würde mich über einen Kommentar für einen Algorithmus freuen, über einen Like und den neuen, ein Abo wäre ganz geil. Jetzt haut rein, viel Spaß. Bobby. Da hinten ist ein Spawnpunkt. Sag mal, gibt es die alten Maps gar nicht mehr? Momentan nicht. Moment nicht. Die kommen wieder zurück. Was? Ja, ja, die kommen wieder zurück. Aber ist ja klar, momentan will halt auch jeder neue, deswegen haben sie nur die neue drin. Jeder, die diese Scheiße finden, nicht? Äh, Gegner. Ich glaube nicht, dass das Fass einfach so wegkriegt. Du musst die Hive machen. Oh man, ich habe hier Zombie-Stress. Jetzt bin mal oben. Ja, safe. Ah, nee, werden jetzt gehauen. Marc. Ich. Aber die Richtung war das Fass hochgegangen, ne? Richtung Südosten. Boah, hier kommt jeder Zombie, der ganze Map kommt jetzt gerade her. Da reagiert auch ein Emulator. Ja, hier müssen Gegner sein. Fass kann nicht einfach so hochgehen, oder? Nee, nee, nee. Außer ein dicker Schleck drauf, aber das macht der auch nicht einfach so. Nee, nee, der braucht einen Grund. Ich sehe halt niemand. Der Immo ist wie ein Gestörter da drin, aber... Meint ihr, die sind noch da? Nee, ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, die sind weiter. Ich glaube es auch. Darf ich nicht runterhüpfen? Boah, halt. Ja, hier den Hinweis sollte man noch mitnehmen, ne? Tja. Hm. Der leuchtet aber nicht, oder? Ne. Alter, der Immo ist hier wegen Gestörter. Ich weiß nicht, ob der... Nee, der kann nicht angeschossen sein. Ähm... Römer mit dem Fass. Pass auf mit dem Fass. Ja. Was ist denn mit ihm los? Ich treff den nicht. Hä? Was ist denn mit dem? Voll jung. Das war ich. Das habe ich noch nie gehabt mit so einem Immo, ne? Noch nie. Der hat sich überhaupt nicht für uns interessiert. Nee. Äh, war der Hund, äh... Der Hund war der Clou genommen? Daniel, war der Clou genommen? Nein, 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 nein. Dann waren da keine Gegner. Nee. Vielleicht ist auch einfach nur irgendwas... Fass ist hoch, safe. Nur warum? Ja, absolut. Aber vielleicht ist irgendein Zombie irgendwie ins Feuer gelaufen und... Ja, das kann sein. Zombie, Feuer und dann aufs Fass. Was? Wir sind hier noch mit dem Emulett beschäftigt. Den du getriggert hast. Ich heil mich mal, bitte. Hier, an der... ...Geste. Oh, geil. Ich habe eine Flash bekommen. Oh. Uff. Rauf oder rüber? Rauf, oder? Oder? Wollt ihr rüber? Mir ist das egal, erstmal. Ich würde gern rauch. Stress ist immer gut. Und wieder brauche ich Heilung. Das gibt es doch nicht. Auf der Brüder liegt Heilung. Was, Marc? Äh, ich glaube, wir haben das Glück, dass da schon die... ...war eben, oder? Ja, ich glaube auch. Ich bin vergiftet des Todes. Also, ich hänge ihn her, ne? Jetzt kann mir ja scheinen. Oh, das ist unsere... ...unste Scheune, wo wir den Fight letztens hatten. Von der Runde, die ich hochgeladen habe. Hm. Oder? Ja, das ist die. Ich sehe hier niemand. Oh Gott. Wir waren schon wieder böse. Ist die mir gerade da drinnen? Ich schmeiß mal ne Flash. Ach, das ist ja das hier, ja. Oh ja. Oh, Treffer. Hier unten ist der. Oh, da hinten. Ich muss weg. Heif. Da. Hit. Und die heilen. Oh, wir haben den Weckmann. Oh, Balken weg, Mann. Nein, 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 nein. Weg, Daniel, du blockst mich. Und Schüsse auf mich. Ist drin. Ich... wer hat denn da jetzt auf mich geschossen? hier oben ist er oh ja ich seh headshot nice oben da? oh von hinten noch einen, hab noch eins daniel, nade, nade, nade einer noch oh ja, wir stacken uns hab ihn oh nein, ich hab kein gegner gesehen schön gemacht er war die ganze zeit hier oben, wo ich sagte schön ich weiß nicht, ob er sich gerade geheilt hat hier ist ne Dolchmark kannst du nehmen hier ist ne Dolchmark ja, du wolltest doch die Upper Card das passt doch headshot here, headshot danke, nice daniel mit was hast du den erschossen? Hex hab erst zwei gelootet, ne ich weiß nicht, wo der dritte ist ich hab ja jetzt auch den zweiten gelootet ich hab ja jetzt auch den zweiten gelootet hier liegt da einer ja, die hat nen Beef ja ich find doch den Dings nicht ich guck hier ist niemand mehr ja, ich brauch den dritten noch zum looten ja, ich brauch den dritten noch zum looten ja wollen wir jetzt wollen wir nach unten gehen? also mich irritiert so ein bisschen, dass gebanished ist, aber dass die nicht kommen vielleicht kommen die hier hoch ja ach du scheiße hab einen jawoll, ich hab auch, also ich hab Mark abgeschossen ich hab alle angehittet löscht mich mal unter uns löscht mich mal ich weiß nicht, wer sich da vor mich gestellt hat unter uns ist einer kannst du mich hochheben vielleicht? ja sofort ja mach du, ich aim mich ab daniel, nimm mal Sicht und guck mal ich hab grad geguckt da unten, wunner nein Balken weg, ich hab nur noch zwei große jetzt der ist ganz dahinten da wo wir die anderen erschossen haben dann ist der weg, oder? hier oben jetzt oh ja er ist runter gehüpft? ne ist er nicht ja der ist ganz dahinten, der ist weggelaufen ja lass mal seine ma... hast du noch feuer daniel? ich hab noch feuer ja lass mal looten und die mates anstecken hab schon gelootet ich noch nicht dann steck den hier am besten an dann steck den hier am besten an krieg ich die... den? ok 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 ja der ist da oben ich hab ne flash, soll ich hochwerfen? wo ist der? ja da oben ne ne ich hab noch eine Achtung da ist der hin ne oh da ist er da ist er da ist er da ist er das mag hab ihn getroffen er blutet der ist da hinten der ist unten ja ja so außen unten ja der ist bei mir der ist bei mir das gibt's doch nicht der crown aus der Distanz ruhe 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 nice jawoll der crown aus der Distanz killt er mich hat der slag vielleicht dringend gehabt guck mal nach äh das ist gerade nett ich wollte hier oben durch das fenster dynamit reinschmeißen und der läuft hier wie so ein bekloppt da und springt mich an das war echt ganz schön krass ja ich glaube wir können uns unten die bounty abholen ja hier ist feierabend looten brauchen wir nix mehr oder ne oh alter laufen 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 oh ja und dann wieder hoch ich kenne da jemand der jetzt gesagt hätte lass uns rausgehen ich bin zu faul da runter zu laufen die china wird da nicht runter laufen ich kenne die china zu gut streng genommen müssen ja nicht alle drei laufen ne ne ich bleib hier ok geht dann mal ins bad ja ja mach geh schon mal Richtung ausgang ich habe einem von euch habe ich ganz böse in den Hinterkopf geschossen als ich vorhin durch Feuer gepusht bin ne ja das tut mir sehr leid ich glaube Daniel war es ich habe einfach nur geschossen und auf einmal hat sich einer vor mich gestellt du scheiße was hier ist stress also sterben wäre jetzt ok brennen wäre ganz schlecht brennen wäre übel ja wir holen dich später das war am Fass ne das ist nicht passiert geh mal ins bad ehrlich gesagt ich raff es wirklich nicht naja bis gleich vergess mich nicht ne mal gucken verpasst du bitte mit Fallen auf mit Traps ja 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 ich wollte dich auch schon warnen als Daniel das gerade mit dem Fass nochmal gesagt hat habe ich es im Kopf gehört hab ich richtig verstanden direkt bei der Leiche ist keine Gefahr mehr ne das hatte sich inzwischen ich denke nicht ja hier sind Hunde hier sind Hunde warte mal der ist noch im Bad muss man dann irgendwie warten lass mal dich unten nirgendwo aber ich glaube der hat nur noch ein Balken dann ich glaube dir ist die Gefahr ist sogar ne das sollten wir auf gar keinen Fall machen hab ich aber auch schon ja wie viele Balken hast du noch Daniel äh ein Halb nein es ist im Feuer verbrannt scheiße wir wollten dir die Hunde aufm Hals essen du warst dreimal tot ah echt jetzt inklusive des suizidialen Ablebens oh ach ja stimmt ach ja im suizidiales Ableb ich kann man halt auch so sagen ne ich hab Stress hier ruft er wie aufm Weg nach unten und er ruft ich hab Stress das Ding ist wenn der immer mich vorher gab hätte ich tatsächlich gebrannt ne ja das hätten wir wahrscheinlich nicht mehr geschafft ehrlich ne du denkst euch mal bitte einen Namen aus ja ich überlegs gerade suizidiales Ablebens JA HA 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 perfekter Name aber warte ich muss erst das das Ende noch ähm so weißt du gute Runde ich mach selbst mal zack Name der Runde ist geritzt ja ich hab übrigens nur ein Kill ne der Rest ist egal aber trotzdem gute Runde du warst nicht wichtig in der Runde naja ich hab zwei Kills ich war wichtiger ich hab den letzten gekillt als ihr schon tot wart ihr flippen das war ich hab das das war ich hab auch ich hab das